Sillys Serientipp. Jeden Tag neu auf Live-Radio. Neue französische Mystery-Thriller-Serie gibt's auf Netflix, die da heißt Anthrazit. Ganz viel 90er-Kult erwartet euch da, weil quasi der Inhalt der Serie den Ursprung in den 90ern hat. In den 90ern bringt sich nämlich in einem kleinen Alpendorf eine kleine Sekte um. Und Jahre später wird dann ein Mord begangen und alles deutet wieder auf diese 90er-Jahre-Sekte hin. Vor 30 Jahren ist hier eine Sekte eingezogen und eines Tages wurden sie alle tot im Haus gefunden. Im Abstand vor 30 Jahren wurden zwei Frauen getötet. Sie hatten Anthrazit im Gesicht. Jemand wiederholt offensichtlich die Écran-Rituale. Das ganze Dorf wird dann von seiner brutalen Vergangenheit eingeholt und ein paar Jugendliche rollen alles wieder auf. Das Geniale an dieser Serie ist wirklich dieser Coco-Jumbo-Vibe. Da ist ganz viel 90er-Jahre drin und spannend ist sie auch. Drum kriegt sie von uns 8 von 10 Couch-Punkten. Sillys Serientipp.